Mein Arbeitsalltag ist oft sehr unterschiedlich. Es gibt immer wieder wiederkehrende Tasks. Jedoch ist kein Tag wie der andere. Ich arbeite eben an unterschiedlichen Kundenprojekten mit für verschiedenste unserer Kunden. Ich starte meinen Tag ca. 6 Uhr in der Früh, aber im Homeoffice. Dann bringe ich meine Tochter in die Grabelstube und dann komme ich meistens ins Büro und dann geht es los mit den Meetings. In meiner Rolle als Technical Agile Coach wechsle ich eigentlich von Team zu Team in periodischen Abständen. Und es ist immer relativ spannend, weil ich das Privileg habe, mit vielen verschiedenen Teams zu arbeiten. Die Arbeitszeiten bei uns sind sehr flexibel. Die Gleitzeit geht bei uns von 6 Uhr in der Früh bis 10 Uhr in der Nacht. Und dazwischen sind wir eigentlich sehr flexibel und angehalten, auch die Arbeit in dem Bereich irgendwo zu erledigen. Wir kennen uns schon sehr lange. Also seitdem ich fast neun Jahre in der Firma bin, Hälfte vom Team, kenne ich schon sehr gut. Wir treffen uns auch privat, ob das jetzt eine Champions League ist oder was anderes. Wir treffen uns auch mit unseren Kindern. Also in der Summe passt das Team super. Der Team-Spirit-Team im Unternehmen ist ein sehr, sehr guter. Es wird nach der Arbeit ab und zu auch was gemeinsam gemacht. Es wird eigentlich auch in der Arbeit immer am gemeinsamen Ziel gearbeitet. Und das macht einfach Spaß, auch der Teil davon zu sein. Bei uns in der MEC hast du ganz viele Möglichkeiten, dass du die weiterbildest. Im Rahmen der Meet Academy haben wir unzählige Kurse, die man besuchen kann. Wir versuchen, unsere Mitarbeiter dahingehend zu fördern, was die Stärken und Interessen sind der einzelnen Mitarbeiter. Zusätzlich haben wir unsere Team-Events. Da kann sich jedes Team was anderes aussuchen, ob das Lasertrone ist oder andere Aktivitäten. Also in der Summe ist man sicher froh, dass man solche Events hat. Ich kann mit meiner Führungskraft sehr offen sprechen. Seine Tür steht immer für uns offen. Und ich kann jederzeit einfach vorbeikommen und Fragen stellen und bekomme immer sofort Unterstützung. Am meisten Spaß bei der Arbeit macht mir eigentlich, dass ich das Privileg habe, mit ganz vielen Leuten auch zusammenzuarbeiten. Es ist einfach jedes Mal eine neue Herausforderung und das macht irrsinnig viel Spaß. Was mir am meisten Spaß macht in der MEC ist, dass ich tagtäglich an dem arbeiten kann, was mir am meisten Spaß macht. Und das ist, dass ich guten Service und gute Produkte zu unseren Kunden bringe und das mit einem großartigen Team.